Der Watzmann thront über Berchtesgaden. Die Schifffahrt nach Sant Bartholomé. Geh schon mal rein. Die Schifffahrt nach Sant Bartholomé. Alle Störungen mit Untergrund der Gestaltung von Tumifahrt nach Sant Bartholomé. Die Schifffahrt nach Sant Bartholomé. Die Schifffahrt nach Sant Bartholomé. Die Schifffahrt nach Sant Bartholomé. Eine gute halbe Stunde. 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 Eine gute halbe Stunde.